Er wird immer ein viel erfüllter und breiteres Leben haben, wenn er das beherrscht. Ein Exkurs für Freiberufler. Freiberufler, Experten sind das System. Jetzt müssen wir die Natur eines Freiberuflers verstehen. Ein Freiberufler ist umso erfolgreicher, ein reiner Freiberufler, der nicht Unternehmer ist, nur Freiberufler, der ist umso erfolgreicher, je mehr er weiß. Würden Sie mir da zustimmen? Das heißt, sein Erfolg ist Komplexität. Auch richtig? Ein Unternehmer ist dann erfolgreich, wenn er einfache Systeme schafft, die jeder versteht. Richtig? Je besser das System, desto größer der Erfolg und je einfacher das System, desto besser das System. Jetzt schauen Sie mal, was für ein Gegensatz besteht zwischen dem Experten und dem Unternehmer. Der Experte, dessen Erfolg ist die Komplexität und der Erfolg des Unternehmers ist die Einfachheit. Deswegen ist es auch immer so schwer, wenn er ein Experte, auch Unternehmer sein will. Was im Übrigen alle vier Referenten heute hier sind. Ja, wir sind ja gar nicht die absoluten besten Beispiele, die Sie als Unternehmertum kriegen könnten. Ich hoffe, dass ich auch für die anderen drei sprechen darf, aber ich spreche jetzt mal nur für mich. Ich bin das nicht. Sie wären besser dran, einen reinen Unternehmer zu haben, als eine Mischung zwischen Unternehmer und Experten. Nur der reine Unternehmer würde hier nicht stehen. Also müssen Sie mit uns Vorlieb nehmen. Ja, und wenn Sie einen reinen Unternehmer haben und den mal anzapfen können, der redet maximal 20 Minuten mit Ihnen. Ein reiner Unternehmer ist gar nicht daran interessiert, etwas zu erklären. In der Zeit will er in seinem Unternehmen etwas tun. Sie können ihm also maximal zuhören. Das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis. Ich denke, wir müssen uns überlegen in unserem Leben, wollen wir eher Systeme schaffen oder wollen wir eher Experte sein? Neigen wir eher zum Komplexen oder eher zum Einfachen? Und wenn Sie mich fragen, was ist besser, dann sage ich Ihnen, das ist natürlich die falsche Frage. Die richtige Frage ist, was tut Ihnen besser? Was entspricht Ihnen? Was sind Sie? Mit einer Einschränkung. Ich glaube, ganz gleich, was Sie entscheiden. Jetzt bin ich bei einer ganz zentralen Botschaft fürs Leben. Egal, was wir entscheiden, wir müssen immer auch Unternehmer sein, wenn wir ein erfolgreiches Leben führen wollen. Immer auch. Und deswegen glaube ich, dass jeder Mensch die Grundzüge eines Unternehmertums kennenlernen sollte. Selbst wenn er sich entscheidet, Angestellter zu bleiben. Er wird immer ein viel erfüllter und breiteres Leben haben. Wenn er das beherrscht. Für mich habe ich meinen Frieden damit geschlossen. Sie haben das vorne auf der Seite 4, wenn Sie da nochmal zurückblättern, in dem Kästchen. Es ist ein Geschenk Gottes steht da, die Summe unseres Wissens und unserer Erfahrungen weitergeben zu können. Es gibt jedem gelebten Tag im Nachhinein einen zusätzlichen Sinn. Das habe ich so, wenn mir unternehmerisch etwas gelingt und ich kann das später noch erzählen und jemanden damit helfen, dann erfreut mich das noch. Und das ist bei den anderen drei Referenten auch so. Also, warum warne ich vor dem reinen Experten? Seite 13. Sie haben nochmal den Stern. Überlegen Sie mal, welche Felder, in denen wir uns tummeln könnten, ein Experte alle abdeckt. Er ist den Experten natürlich, er ist aber auch Angestellter, meist Geschäftsführer seines eigenen Ladens. Er ist auch noch Freiberufler in der Regel und macht den Unternehmerpart gleich mit. Und deswegen ist der klassische Freiberufler so früh tot. Wissen Sie, wie alt Ärzte im Schnitt werden? In Deutschland? 58. Und Rechtsanwälte auch. Wer ist Arzt? Ja, wie schön, dass Sie das jetzt hören. Sie leben noch. Ja, und man kann seine Weichen stellen. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Seminar dafür ist. Denn bei mir war es ja nicht anders. Da unten die zwei Sätze, das sind so die Kernsätze, die wir uns meines Erachtens jeden Morgen anschauen könnten. Als Freiberufler, Experte. Wer sich mit Erfolg dupliziert, setzt sich frei. Wer sich mit Erfolg dupliziert, der setzt sich frei. Und solange Sie in Ihrer Firma kein System haben, das ohne sie funktioniert, solange haben Sie keine Freiheit. Ich habe mich früher immer gefragt, kennen Sie das beim Zeitmanagement, was mag ich nicht? Jeden Morgen habe ich mich das gefragt, was mag ich nicht? Und dann habe ich im Zeitmanagement gelernt, und das musst du als erster tun.